Musik Musik bewegt Menschen, Musik ergreift und berührt uns im Innersten. Musik macht den Einzelnen glücklich und verbindet ihn mit anderen Menschen. Ja, okay. Musik ist eine soziale Praxis, die unsere Welt braucht wie kaum etwas anderes, weil sie auf friedlichste Art und Weise Menschen zueinander führt und zu einem erfüllten Dasein beiträgt. Das, was wir von Anfang an musikalisch machen, als Kinder, schon direkt nach der Geburt, hören, bewegen, Klänge erzeugen, Klänge mitteilen, das gilt es im Laufe des Lebens weiter zu entfalten und zu fördern. Und das lernen unsere Studierenden hier in der Robert-Schumann-Hochschule. Mein Name ist Julia Machon, ich bin 27 Jahre alt, studiere Musikvermittlung an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Was unsere Studierenden und späteren Absolventen vor allem brauchen, das ist ein großes Maß an Offenheit, an sozialer Kompetenz, an Kommunikationsfähigkeit, ja, Zuneigung und Zuwendung zu den einzelnen, höchst verschiedenen Menschen. Musik 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 Das Wichtigste vielleicht insgesamt ist, mit dem einfachen Wort Liebe auszudrücken, nämlich die positive Zuwendung zum einzelnen Menschen, das Interesse an ihm und auch eine positive Erwartungshaltung, die in der Regel dann auch sich auswirkt und bestenfalls in Erfüllung geht. Sie, also sie, sie macht das also wirklich, ich bin ja ein schwerfälliger Brocken auch, dass ich hier mich sozusagen da durchwühle. Sie führt mich, sie führt mich durch die Musik. Musik 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 Vielen Dank.